malzeit freunde kommt zurück bei fortnite und den paradies aufgaben von teil 1 dieses mal sammle schlachtpläne in einem bunker ein die bunker sind natürlich wieder auf der karte markiert und ich werde mich jetzt direkt hier zu einem begeben bzw bin schon auf dem weg dahin dankeschön so dafür müssen wir tatsächlich da rein und benötigen einen chrome schlüssel gute arbeit ich lade die pläne auf jones gerät